Moin Leute und Willkommen zurück zu Part 22 von unserem Minecraft LP auf der 360. Wir stehen in unserem geilen Baumhaus, das noch ziemlich leer steht. Und was ich heute machen will ist, in ein Dorf gehen. Ich habe nämlich letztens irgendwo da hinten, da man so ganz weit nach hinten läuft, ein Dorf entdeckt beim rumfliegen. Als ich das Baumhaus gebaut habe, dann auch noch. Also offscreen bin ich schon ein bisschen rum geflogen. Und habe ich das Dorf entdeckt. Und wie komme ich jetzt hier runter? Ah, hier. Ich sehe nicht, hier ist alles dunkel. Gut, gehen wir jetzt schlafen und dann gehen wir schnell in das Dorf, weil ich hoffe mal, dass dort irgendwelche Kisten stehen. Weil manchmal hat man das Glück und kann in den Kisten Diamanten finden und Eisen und irgendwelche Melonsamen oder Kürbissamen und sowas noch. Nehmen wir noch ein Ende. Okay, Essen haben wir genug mit. Ja, Melonen. Cool. So. Das soll alles noch so ein bisschen runter wachsen und die ganzen Ranken und so. Oh ja, genau da. So soll das werden. Genau. Das ist cool. Dass das so überall... Soll ich mal die Hühner befreien? Ich glaube, ich befreie die Hühner mal ganz schnell. Die müssen doch hier mal runterkommen, ey. Ich kann die doch da nicht hängen lassen. Ah, hier sehr! Sehr frei hier! Vorschluck! Immer wenn ich das mache, verschlucke ich mich. Oh, sorry! Jetzt gehts! Okay. Doch nicht! Oh, was ist los hier? So, ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Irgendwo, wenn wir jetzt hier weitergehen. Ach komm, okay, können wir auch schnell. Das passt schon. Achtung. Das war, glaube ich, geradewegs gerade hier zu. Oder? Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja, immer geradeaus weitergehen hier. Dort trifft man irgendwann auf das Dorf. Dort kann ich erst mal alles zerstören. Das ganze Essen-Clauen von dem Clowns. Und hoffentlich Diamant finden. Das wäre sehr, sehr nice. Und ihr seht, das ist der erste Part, der richtig, richtig lang ist. Aber solange ich Videos über 15 Minuten hochladen darf, mache ich das auch. Das Ding war vor ein paar Tagen, habe ich noch geguckt. Und da, ich sehe es schon. Oder? Nee, doch. Doch da, vor ein paar Tagen habe ich noch geguckt. Und da konnte ich noch nicht über 15 Minuten hochladen. Normalerweise muss man sich so einen Code auf sein Handy schicken lassen. Ich brauche es komischweise nicht mehr. Warum auch immer. Ich kann jetzt trotzdem über 15 Minuten hochladen. Was heckt denn da drin? Was heckt denn da drin? Dein Dorfbewohner im Brunfest. Warte, meiner. Warte, warte. Ich befreie dich. Warte. Keine Panik auf der Titanic. Du bist schon nicht unter. Ja, Junge. Ja, Junge. Hallo, Jürgen. Hä? Du bist dumm. Du bist dumm. So, äh, nee. Nee. Warte, war ich hier schon mal? Ah, wie dumm. Wie dumm hier war ich doch schon mal. Oh, oh, guck mal hier. Ihr habt doch schon gewütet, ey. Oh, bin ich bescheuert. Bin ich bescheuert. Oh, hab ich mich erschrocken, Alter. Oh, weil diesmal hab ich Headset auf. Da ist er. Also, ich brauch aber von dir mal, übelst echt jetzt, ne Enderperle. Gib mir deine Pizza. Äquipo. Gib mir deine Pizza. Bis dahin. Hannes. Na? Sag mal, dass er gerade an mir vorbei gezischt. Wo ist er hin? Ist er wieder da unten? War hier vor ein Creeper? Da ist er. Bitte fliegt nicht in die Luft. Brauch mal den Schwarzpulver. Ja, gut. Nee. Nein. 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 Oh, Mann. Scheiße. Oh, ist das doof, ey. Ist das doof. Ich will trotzdem den Enderman jetzt kriegen. Enderman, Enderman. Mensch, das gibt's noch nicht. Das ist echt weg. Was ist das da? Ein Dorfbewohner. Aber ich würde gern die Höhle eigentlich immer so ein bisschen erforschen. Und zwar könnte ich dann... Eisen sollte ich eigentlich noch haben in meinem Haus. Ist das jetzt hier eine richtige Höhle? Oder ist das jetzt nur so... Nee, das ist eine richtige Höhle. Das ist eine richtige Höhle, gut. Dann werde ich es so machen, dass ich von meinem Haus aus mir so ein paar Schien... Wow, wow! Du Arschloch! Ach, ist das fies, ey. Junge, diesmal ist es noch intensiver, als ich jetzt Handset auf habe. Junge, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, ey. Ja, das ist eine richtige Höhle, das ist cool. Gut, dann gehe ich jetzt zurück in meine Höhle. Und... Ich randalliere noch ein bisschen hier. Man muss ja alles mitnehmen, was man kriegen kann. So. Und bauen wir dann ganz schnell... Scheiße, warte mal. Von wo bin ich gekommen? Warte mal, habe ich eine Karte mit? Nee! Aber war doch eigentlich von hier. Guck mal, hier war von hier. Oder? Ja, das war hier. Oder? Hoffentlich. Wehe nicht! Wehe nicht! Ey, war das wirklich hier? Ich habe gebraucht, mich hier zu verlassen. Oh Mann. Nee, das war doch nicht hier, oder? Ich habe doch niemals so viel Schnee. Oder? Nee. Nee, 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 nee. Das war doch niemals. Ha? Oder? Oh fuck, ey. Oh, oh. Perfekt. Gut, so. Und jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich hier zurückfinde, damit ich mir die Lama machen kann. Komm, wir brennen das hier mal gerade aus. Ey, wenn ich mich jetzt hier voll laufen habe, raste ich aus. Oh, echt? jetzt gibt es übrigens auf dem pc ein neues update, nur gibt es Pferde, Pferdchen und die Rezipster, ist auch cool Theoretisch bräuchte ich die Lava jetzt nur um mir Obsidian herzustellen Mit dem Obsidian könnte ich mir ein Portal bauen in den Lever und könnte ich ein paar neue Metz finden, Glowstone zum Beispiel hier ist der Brunnen, guck mal, ich muss jetzt gucken, wenn ich genau so davor stehe, dann komme ich zur Lava, wenn ich genau in die Richtung renne hier wurde der Brunnen, okay, cool, dann ist hier auch irgendwo mein Haus daaa geil ich habe noch eine Höhle, genau ich habe da Brunnen, okay, cool okay, also von dem Stein halt geradeaus weiter, gut, cool und dort von der Fackel an dem Brunnen geradeaus, da komme ich zur Lava, cool was hat denn gerade so gezischt, das ist ja ein Grieber ne meh, hallo gut, dann bauen wir uns jetzt ganz, ganz viele Schienen sofern nur noch genug, ähm genug, äh, Eisen haben man braucht ja also mit, mit einem Stück Eisen und viel Holz bekommt man, äh, Moment Eisen, Eisen, Eisen 14 Stück, ah, das ist sehr schlecht das ist sehr schlecht das ist sehr schlecht ich brauche mehr ich brauche mehr oh, hier ist ein Eisenerz, cool das werde ich dann gleich einschmerzen oh, Fisch mhm, leckerer kocher Fisch mhm, Backfisch oh, leckerer Hühnchen mhm, Hühnchen so dann brauchen wir jetzt hier ein Eisenerzerin nehmen das hier raus hab ich schon hab ich schon und dort bauen wir jetzt Schienen Schienen ja, guck mal, aus oh, Fisch 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 Boosterrails brauche ich Gold Scheiße weder mache ich das doch nicht aber ich weiß, was ich mache ich weiß ja, was ich mache oh, es ist dunkel ich mach da einfach so n, so n, so n weg hin mit nem Fluss mit nem Boot kann ich Boot fahren mhm, mhm ganz ein bisschen bescheuert, Junge hau ab oh, irgendwas schwimmt hier rum na, jetzt versteckt was du sagst was schwimmt hier rum Junge, ich hör doch was Junge, ich hör was ist hier was steckst, äh, längst fest, oder? ok, nicht mehr naja, obwohl eigentlich brauche ich nur keinen Weg hin weil ich weiß ja, wo lang es geht äh, von daher ist es ja eigentlich jetzt erstmal Bockwurst nö, dann, ähm, würde ich sagen äh, wir bauen uns äh, bisschen Holz ab äh, dann nehmen wir die restliche Kohle mit, die wir noch haben und gehen dann so ins Dungeon rein und das hab ich doch Holz nee wo ist denn hab ich keine Axt mehr, oder was? hier, dann nehmen wir jetzt mal das, ähm schm dann nehmen wir das Schwert mit nee, nee, nehmen wir wollten es ja so machen, dass wir es nicht mitnehmen wir nehmen aber wir nehmen aber sag mal Katze, Alter, bist du bl 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 wenn ihr auf Fahrzeug mitkommt, die anbrennen guck mal ja weg 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 so, das, das kann weg ja, nee, das kann bleiben weg 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 das bleibt weg 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 genau weg 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 so, jetzt brauchen wir erstmal eine neue Kiste ne neue Kiste okay äh, lololololo-look at it's winky ich hab echt keine Axt, Junge, ich raste aus , hart 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 aus, raste ich also ich raste hart ach, jetzt schon Haltefresse jetzt Halt der Fresse Oh, der ist dirty! Ich muss eigentlich einkaufen, ich hänge hier und zuck auf Minecraft. Das kann nicht wahr sein. Junge. So, 15 Minuten. Wir sind über 15 Minuten. Kennt ihr das von Family Guy am Ende? Wo der Typ, also wo hier der Hauptaufsteller, der Vette, auf der Straße, wo die Straße rennt, hinfällt und sich dann 10 Minuten langs Knie hält und immer so macht ihr und das geht 10 Minuten, das ist so geil. Achso, eine Kiste, wo ich baste. Eine Gischte, einfach zwei. So, das muss eine Doppelkiste sein. Ich stelle mir dann mal rotzfrech hier hin. So, gut, da kommt jetzt der ganze andere Scheiß rein, den wir nicht brauchen. Hier, das kann weg, das kann weg. Guck mal hier, ein Eisenschwer, sollten wir uns ein Weil machen. Das, äh, das lassen wir mal hier. Oder, Moment. Ja, das ist mal alles hier. Ja, den nehme ich mit, falls ich meinen Weg nach oben bauen muss. Äh, den ist fertig. Die Kohle nehmen wir raus. Und hier auch. Vor allem, das spawnen wir uns. Wo ist mein Holz? Ein paar Fackeln. Ach, muh, dich selbst, du Arschloch. So. Und jetzt haben wir erstmal genug, genug Muhe. Genug Zeug zum, äh, ach, Moment, 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 Moment. Erstmal brauche ich noch ein bisschen Eisen. Ich brauche doch mal noch, äh, also meine Rüstung geht es eigentlich gut, oder? Ja, da geht es gut. Dann brauche ich noch, oh, bin ich so blöder. Oh, so blöder. Ne, doch ne. Ne, doch ne. Ich kann nur noch, so. Wat? Wat? Was hast du mir gesagt? Warte mal. Ach so. Guck hier. So. Äh. Blub, 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 blub. So. Bogen haben wir leider nicht. Wir haben keine Fäden. Haben wir ffff. Ne, nur einen Faden. Oh, das. Okay, dann können wir schon mal die Pfeile wegpacken. Gucken wir auch. Gucken wir mal, wir ordnen. So. 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 Ach, wir brauchen doch noch. Das ist ja auch ganz wichtig. So. So, der Rest kommt hier rein. Weg, 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 weg. So, das ist ja alles Essen jetzt. Und wir sind eigentlich perfekt vorbereitet, um dort zu überleben und zu bestehen. Also Essen haben wir auf jeden Fall genug mit. Verteidigen können wir uns. Schwert haben wir. Perfekt. So, dann. Auf geht's. Auf geht's. Das Feuer hier runter. Wasser. Oh, es leckt ein bisschen, wa? Hallo? Hallo? Was machen wir denn das jetzt bitte? Hä? Ach. Wieso habe ich jetzt so einen Scheiß hier mit? Wof. Was ist denn das? Oh. Na gut. Na gut, Knut. Ey, was leckt denn hier rum? Verdammte Kacke. Was ist denn das jetzt? Uuuh. Aber wie kann es lecken? Ich zeig auf der Free Six, niemand. Scheiß, bis Arschrechner. Das rennt ordentlich. Das fuck ich dir, boah. Das ist ja wohl. Unglaublich was hier. Sag mal. Hallo? Also ich flipp aus hier. Rennt ja ordentlich, du Homo. Sag mal rennt ich falsch? Ne, oder? Ah. Da hat er's nicht geschafft. Ne, da hinten ist es. Okay, cool. So, und eigentlich könnte ich noch die Dächer abruppen da. Könnte ich noch ein bisschen mal treppen. Ich will ja auch irgendwann mal noch eine zweite Etage haben, oder zumindest eine erste Etage. Und das war schon ganz schön cool. Wo ist die Höhle jetzt hier? Wo war die? Hier. Wenn wir alles kaputt machen. Hier. So, Enderman. Ich komme. Ich komme. Los geht's, Leute. Los geht's. Was war hier? Nichts. Cool. Na dann geht's los. Oh, ja. Ja. Oh, hm. Oh. Geil. Eisen. Eisen ohne Ende. Eisen ohne Ende. Ohne Ende. Eisen ohne Ende. Ohne Ende. Ich habe nur zwei Hände. Nur zwei Hände. Pilze? Eisen. Da bin ich drauf. "...pilz ohne Ende ... …oih.. Like curf, Pilz? ...Suppe aus Pilzen, Alter! Fuging Moment, ich habe eine Idee Also was jetzt, ich habe die Idee, ich habe was vergessen Was eigentlich voll wichtig ist Ich brauche ein bisschen Holz wenigstens Hier haben wir gleich was, das passt Das ist cool Very cool Weil wir meine Fackel alle sind Kann ich mal keinen neuen bauen, wenn ich keine Stöcke habe Also So, ah, das reicht, so passt das So, haben wir mal der Hülle geflutet ein bisschen Dann geht das weiter hier Oh, der wird 20 schon, ey Leute, Leute von heute, guck euch das an Ist das nicht heiß? Oh, ich höre was Ich höre was Ich höre was Und so 1, 2, 3 Explosionen von Creepern Halten wir aus Aber dann wird's Gefährlich Der alter Schüssel Ach ja, oder? Was? Was? Au Wo? Wo denn, Mann? Ach so Sag mal, du spinnst, du Junge Mach dir mich auch an, ey Fuhre Du Fuhre, du Fuhre, du Fuhre Du Fuhre, du Fuhre Runter nicht hoch Und dann leck mich doch eine Bobser, Alter Hier ist ja alles Alles, alles hier Bin ich doch schon wieder oben Das ist doch doof Ich mach deswegen die Fackeln wieder weg Weil ich immer nur genau einem Weg folgen will Ach, wie sinnlos, ey Nein Mach mal zu hier Ach, hier auch noch Mach mal zu hier So Okay, da muss ich doch einen anderen Weg gehen Hier ist irgendwo eine Spinne Ein Dreck für Ach, Mann Ich hasse, wenn ihr Wasser holt, ey Das kotzt mich so an Geht's da hoch? Ja Ja Das war mal Handel, Alter Mach dich jetzt da hoch Ach, das ist doch zum Kotzen Okay, da muss ich doch den anderen Weg nehmen Alte Fresse, Spinne Alter Freund Oh Na, mein Freund Na 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 du, alles klar Alles fit im Shred Du hast keinen Shred Schwarzpulver Das war cool Okay, also das nächste Mal Da lang gehen, wo Ah Ein großer Raum Da lang gehen, wo die zwei Fackeln am Anfang stehen Oh, ich hasse solche Rundräumen hier Die gibt's voll oft Also alles ausleuchten Alles Ah Wer krummelt denn da so krummelig? Mann, hier ist doch auch nichts Oh, Mann Ach, wer ist das? Ach, wisst ihr was? Ja Wisst ihr was? Was ist mir jetzt scheiße her, ich brauche mich jetzt hier runter, was kommt? Was ist mir jetzt scheiße her, wir werden schon irgendwo rauskommen? Und wenn nicht, dann halt nicht Oh, wir haben's probiert Oder nicht? Was soll's denn hier? Dann hab ich nur Dynamite und dann rupp ich dich, Bruder Ja, kaputt, Alter Das sag ich dir aber Ich hatte schon so oft, dass ich Ach, ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Achtung Jetzt warte mal was schmausen Lecker Melonen Lecker Melonen Geil So, komm jetzt hier, ist doch irgendwas bestimmt Neun, wo, Mensch Neun, wo? Komm, mach Zeig mir den Weg Go, ne? Go, ne? Mann Das ist schon so zig Wie alt, dass es passieren könnte, dass ich einfach nur sinnlos in Lava klatsche Und das ist unsere Kacke Mann, oh Ah, ah Ah, ich hör Wasser Hier ist einfach was cooles Irgendwo hier Irgendwo hier Finden wir irgendwas Ganz, ganz sicher Irgendwo hier hinten Das muss einfach Oder noch Bist du bei da unten? Ich hab keine Ahnung Ach, Mann Ah, da tropft's, da tropft's, da tropft's, da Da, 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 da Also, hier Genau Bin ich? Sehr schön Sehr, sehr schön Seht ihr, so ist das cool So muss das, ey Einfach mal nach unten buddeln Auf gut Glück Und dann Okay, das war so Muss jetzt hier drin bleiben erstmal Damit ich da wieder hochkomme Seht ihr, da ist schon mal Lava Stille Lava Redstone, cool Cool, 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 cool Und eigentlich war wirklich Gold mal Gar nicht so schlecht Äh Oh, hier ist jetzt immer so gefährlich, ey Guck mal, wir gehen jetzt mal den anderen Weg lang Meistens da, wo so Lava ist Auch Diamanten Weißt du? Junge Da sind auch Diamanten Aha Abgekluckert Okay, da gibt's schon mal überhaupt nichts Das heißt Das heißt Wir werden uns bei der Lava durchbuddeln Anders kann ich's jetzt grad nicht machen Ich muss halt nur verdammt vorsichtig sein Und damals war's auch mal so, dass man Ähm 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 Äh Durch die Äh Durch die Durch die Funken Konnte man auch Ähm Angebrannt werden Aber das ist jetzt glaub ich nicht mehr so Ich bin mir nicht mehr so sicher Weiß es nicht genau Ich baue mal, ey Ich hab keinen Bock, dass ich hier hinten irgendwas sparen Wo ich hier hinten kann ich sparen Ich hab alles ausgeleuchtet So Das Pudeln wir uns hier unten durch Da findet man da bestimmt auch irgendwas cooles Meistens sind Diamanten nämlich an der Lava Okay, ja Halte Fresser Halte Fresser Zähl doch nicht so rum, Junge Ich bin mal hier spannend It's broken, Alter Ist da noch mehr Lava eigentlich Wenn ich jetzt hier weiter buddle Oder über das nur da vorne Nee, nee Hier geht's weiter Hier muss irgendwo was da hin Nur so ein paar Diamanten wäre ganz cool Vielleicht treffen wir noch den bei auf eine Höhle Wäre auch ganz cool Ah, ist das Spannende, nett, 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 spannend Na ja Oh Großer Stein Wir sind schon so ein Hauslevel Der Weg dahin ist auch cool Also Zu dem Dungeon hier Ich bin da oben am Eingang Dort, wo die zwei Fackeln stehen Dort weiterlaufen Ey, in dem großen Raum Im großen Raum Einfach nur nach unten Scheiße Ich kann mich da gar nicht runterfallen lassen Oder kann ich das? Nee, kann ich nicht Shit Das heißt, ich muss im Kreativ-Modus mal da eine schnelle Leiter hinbauen Sonsten klappt das nicht Oh, sei ja, ey Ich bezweifle gerade, dass ich hier noch irgendwas finden werde Ich Ah, ah Wart Ah, ah Okay, hier ist irgendwas Jetzt muss ich ja alles freipuddeln Das ist anscheinend irgendwo ein Dungeon Irgendwo hier Irgendwo ist hier was Ah, wo Wo, 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 wo Zeigtisch Ah Erde Aha Aha Aha, was ist hier? Aha Nischt Ja, super Warum ist hier so viel Erde? Sinnlos Ich hole keine Skelette mehr Vielleicht doch hier irgendwo Skelett Hier auch nix Naja gut Jetzt ist meine Spitzhacke eh gleich in Das heißt, wir Ich werde im Kreativ-Modus Ähm Jetzt sehe ich sie wieder Im Kreativ-Modus wird erstmal eine Leiter runterbauen Dann muss ich im Anschluss nochmal Ähm Spitzhacken bauen Das werde ich aber offscreen machen Und dann mache ich dann gleich hier weiter An der Stelle Und wir suchen dann Weiter Das muss hier irgendwo sein Hier ist irgendwas Irgendwas ist hier Aber wo? Ach man, oh Ich komme immer nach, glaube ich Das ist über mir Ne Sehr, sehr komisch Sehr, sehr, sehr komisch Na gut, das reicht ja auch Das sind jetzt 35 Minuten Äh, ja Ich werde jetzt Wie gesagt nochmal zurückgehen So alles machen Und dann machen wir hier an der Stelle weiter Und dann Passt das Bis dann Tschüss Tschüss ig